Was ist die Dose? Das Porzellan war eine heftige Konkurrenz für das Glas, was bis dahin an den Fürstenhöfen bestimmt war. Nun kam das Porzellan auf, das Glas wurde in den Hintergrund gedrängt und die Glashersteller mussten sich neue Ideen einfallen lassen, um zu konkurrieren. Und eine dieser Ideen war, sich dem Porzellan zu nähern. Diese Dose ist in Böhmen entstanden, da gab es nämlich eine besondere Technik der Zwischengoldglaskunst. Das heißt, sie besteht aus zwei Gläsern, die ineinander gesteckt sind und zwischen diesen Schichten ist dann dieser Dekor aus Glattgold, noch weiteren Goldauflagen und verschiedenen farbigen Lacken aufgetragen worden. Und dargestellt sieht man hier Chinua Serin, sehr schön hier so Drachen und kleine Chinesen, die allerlei machen. Hier ist so ein Chinese, der vor einem Alltag nie etwas anbetet. Und dann diese Schmetterlinge. Das sind Schmetterlinge, Tagfalter hier auf der Dose und Nachtfalter oben auf dem Deckel. Die Chinua Serin beziehen sich natürlich wieder auf die Porzellanherstellung, weil ja das Porzellan ursprünglich aus China stammte. Und wenn man den Deckel abnimmt, sieht man, dass die Dose auch innen wunderbar dekoriert ist. Hier zum Beispiel dieser Kranz, der dann so aussieht, als ob das Ganze noch mit einer Metallfassung versehen worden wäre, um nochmal die Kostbarkeit zu erhöhen. Und wenn man die Dose etwas ankippt, sieht man, wie herrlich vergoldet die von innen auch ist. Und man sieht die zwei Schichten, das heißt die zwei Becher oder Schalen, die ganz passgenau ineinander gesteckt sind. Das Ganze war ein hochgradig aufwendiges Verfahren, was auch oft genug schief ging, weil man nämlich unter großer Hitze, das ist nämlich so ein Lack dazwischen, der erhitzt werden muss, und viel Druck diese Gläser ineinander drücken muss. Also ein großer Aufwand, um diese Dekoration herzustellen.